moin leute was geht hier ist für euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen glitsch zeigen im teich wie ihr seht versammeln sich die zombies alle vor mir und für diesen glitsch braucht ihr eigentlich gar nichts leute und ich zeige euch jetzt wie dieser glitsch funktioniert hierfür müsst ihr zu diesem lkw gehen leute und was ihr jetzt macht ihr springt aus der distanz nach vorne hält den stick nach vorne gedrückt und klettert hoch und zieht danach direkt ganz wenig den linken analog stick ein bisschen zurück und auf den keyboard drückt ihr einmal es wenn ihr dann hier oben seid dann seht ihr schon dass der zombie euch ignoriert und alle anderen zombies sollten sich jetzt vor euch versammeln so leute hier könnt ihr locker easy auf headshots gehen ich würde euch empfehlen nehmt den feuerring mit weil der megatron wird euch trotzdem angreifen und die hunde auch also nimmt zur sicherheit am besten auch die wunderwaffen mit so was macht ihr wenn ihr keine munition habt leute ganz einfach ihr könnt einfach hier runter gehen leute zum beispiel die munition aufheben oder euch kaufen und einfach wieder in den spot hoch springen das geht ganz schnell leute das könnt ihr mal am ende der runde machen oder zwischendurch wenn ihr mal luft habt so das war es dann mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video